Es ist was anderes. Es ist was Helles. Was ist das? Oh, hast du das gesehen? Haut dem Koko auf die Schnauze. Wenn ich Glück habe, habe ich es drauf. Ich filme es gerade. Ah, das ist ja... Diesen Film, den kannst du unterkommen beim Bayerischen Fernsehen. Jetzt hat er, jetzt hat er. Ah, schau dir das an. Nicht lang zu hören, oder? Ja, das ist ja schon mal. Das ist ja auch schon mal. Das ist ja schon mal. Es ist ja schon mal. Es ist aber klein. Es ist eine Worte. Nachdenken. Siehst du, ich sag's doch, Drecksviech.